Hallo, heute zeige ich dir nochmal, wie man eine Collage machen kann. Als erstes suchst du dir wieder ein Motiv aus deiner Zeitschrift und klebst es auf die Leinwand. Ich habe hier heute eine Leinwand, die ich schon mal bearbeitet hatte, mir aber nicht gefühlt und jetzt einfach übermalen möchte. Hallo, wir machen eine Collage. At first, you are looking for a picture from a magazine. Stick your picture on the canvas. Remember, protect the paper with the glue. Wie ihr euer Motiv aussucht, das auf die Leinwand legt, raufklebt, versiegelt, das habt ihr alles ganz ausführlich in dem anderen Video in diesem Kanal. Das schreibe ich nochmal in die Infobox, dass ihr, wenn ihr da nochmal Fragen zu habt, da nochmal reingucken könnt und da ist es nochmal genau erklärt. So, wenn das Papier trocken ist, ihr könnt es auch füllen, dann mischt ihr euch die Farbtöne dazu an. Einen Hautton, einen Ton für die Lippen, den Blauton aus den Augen und den Augenton, den Blauton mische ich auch nochmal dunkler und verwende den in den Hintergrund. Also, ich gebe die Farben erstmal mit dem Pinsel drauf, um zu gucken, wie die so aussehen. Ob die mir auch gefallen und dann nehme ich aber den Spachtel und verteile damit. Mit dem Spachtel kann ich einfach gut großzügig arbeiten. Ich mache jetzt also erstmal einen ersten Farbversuch, mehr oder weniger, denn ich weiß noch nicht genau, wie ich das Bild gestalten werde. Das ist eine intuitive Arbeit. Ich gucke, was passiert, welche Farben mir gefallen, nehme jetzt einfach nochmal ein Beige dazu. Das ist so ein Sandton, weil ich denke, da oben, es fällt mir in dem Moment halt ein, hier oben muss noch ein Sandton hin und arbeite mich jetzt erstmal mit dem Spachtel so durch das Bild. Ihr könnt mit dem Spachtel auch gut die Farbe eben ansetzen und wegziehen. Von links nach rechts, also von dem Motiv jetzt gerade, in die Farbfläche rein, von oben nach unten. Ihr könnt die Farben gut miteinander vermischen mit dem Spachtel oder eben auch mal einfach mit den Fingern. Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Das kennt ihr auch schon aus vielen anderen Videos, dass ich gerne mal den Pinsel einfach umdrehe und Kratzer reinziehe. Durch die Kratzer lockere ich schon mal so ein bisschen die Fläche auf. Und manches bleibt stehen, manches nehme ich wieder weg, um einfach so Farbmischungen reinzubekommen. Also es gefällt mir dann eben noch nicht, dann verziehe ich das leicht wieder, ich nehme wieder was weg, ich trage es wieder auf, ich hole den Untergrund wieder ein bisschen vor und so langsam kann ich das Ganze ein bisschen auflockern, spannender gestalten, nachdem ich jetzt eben einmal mit der Farbe rundum bin. Ja, hier könnt ihr nochmal besonders gut sehen, ich kann das richtig abwischen, weil ich eben das Bild mit dem Binder, oder wenn ihr auch einen Kleber benutzt, mit dem Kleber einmal versiegelt. Und dadurch ist es geschützt und ihr könnt darauf malen und die Farbe auch wieder wegwischen. Um die Fläche aufzulockern, nehme ich auch gerne mal die Kante von dem Spachtel und ziehe einfach mal ein paar Linien rein. Ja, mir fehlt irgendwie ein warmer, kräftiger Farbton und deshalb hier hatte ich noch so einen Rest, den habe ich jetzt mit Wasser ganz wässrig gemacht. Und ziehe den einfach mal in die Fläche rein und gucke, wo er mir gefällt, ob er mir überhaupt gefällt und was mir nicht gefällt, wische ich eben wieder ab. Paint with liquid color and with a cloth you can remove the color again. I try a lot and watch what happens. I try a lot and watch what happens. Und da, wie wir alle wieder ab. προgerwszy黑 undosas Untertiteln denだ. full auf und wollte es wieder auf geht. Wie immer noch mehr weiß. Und dann ist das Platz reality. So schnell machen ihr glrzy Es denn? dass ihr seid nochmal Platz hätte sieht ST und mehrere 맡 хотите. Und dann habt ihr einen Laurentacyjfot. Ich sage, noch nie, leopard CON relação damit zu weit重要. Aber bei großes sind aber einfach nur барdens Sie. Ja, das Blaue, das gefällt mir sehr gut da, das passt, aber ich grenze das Gesicht, also mein Hauptmotiv, sehr ab und ich muss es hinkriegen, und daran arbeite ich hier die ganze Zeit, eine Mischung, dass das auf der einen Seite flächig, abstrakt ist und auf der anderen Seite dieses Motiv nicht so isoliert dasteht und ich eben die Gesichtsfarbe in die untere Fläche reinkriegen will und weiß aber noch nicht, oder das gefällt mir halt immer wieder nicht und deshalb trage ich es auf und ziehe die Farbe mal quer jetzt rein, damit ich die untere Fläche mehr auflöse. Okay. Ich hatte das Bild mal trocknen lassen und dann noch mal weiß rübergezogen und ziehe noch mal einen großen Schriftzug darüber. A few colors backless fit well and loosen the surface on. You can still change the style with the template or other text. Ja, jetzt gefällt mir das so schon ganz gut, das Bild, und kann es noch in eine ganz bestimmte Richtung bringen oder den Style ändern. Also, ich kann einmal hier so richtig dicke Schriftzüge, ausdrucksstarke Texte raufbringen oder es ganz soft und pastellig machen und so Schwiene draufdrucken mit einer Schablone. Ja, also ich kann Gold nehmen, dann bekommst du eine andere Richtung. Ich kann ganz plakativ verspielte Richtung gehen oder so einen Style eben reinbringen. Ja, alles in allem sind mir die Schablone und die Texte zu statisch. Ich habe mehr Lust weiter zu experimentieren und nehme hier so ein kräftiges Cadmium Orange und gucke einfach mal, ob mir das gefällt. Und ehrlich gesagt, ich lasse einfach mal laufen. Also ich nehme viel Wasser auf den Pinsel, lasse es rüber laufen und kann mir das auch wieder hier und da wegwischen. Und ja, probiere weiter. Soll er locker, locker fluffig sein. Soll ich das weiter machen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.